Ich schaue da rein! Okay. Wände werde ich hier nochmal alles nehmen. So. Wie viel Farbband habe ich jetzt? Fünf. Das ist cool. Eins liegt da sogar noch irgendwo. Ich habe den Granatenwerfer organisiert. Ich lege gerade mal kurz die Pistole ab. Um die Munition aufzusammeln für den Granatenwerfer unter dem Bett. Darf ich bitte? Dankeschön. Das war eine Sache. Die zwei Hunter hat der eine Billy erwischt. Aber Billy kann das ja ein bisschen besser als Rebecca. Deswegen ging das. Ging das. So, da ist Munition. Das soll sich gefährlich Speedy nehmen. Der guckt sich schon seit unten bla bla bla. Aber ich will, dass er die Munition nimmt. Ja. Von der haben wir jetzt einiges. 114 Schuss mit der Pistole haben wir. Ich musste allerdings leider ein bisschen Munition verballern durch das Zeug. Hier haben wir sogar noch ein Erste-Hilfe-Spray. Nein, das brauchen wir nicht. Und nochmal Kräuter. Die wir natürlich gut gebrauchen könnten. Aber die sind immer Bilder von Familie und sowas. Aber wir lesen erstmal diesen Bericht. Info zur Batteriesäure. Okay. Das ist kein Bericht. Batteriesäure. Diese Flüssigkeit ist eine verdünnte Lösung aus Wasser und Schwefelsäure. Beide müssen von hoher Reinheit sein. Im aufgeladenen Zustand muss die Batteriesäure eine Schwere von 1,280 plus minus 0,010 bei 20 Grad haben. Reinheit Batteriesäure. Achten Sie darauf, dass die verdünnte Schwefelsäure rein genug ist. Jetzt müssen wir quasi Batteriesäure herstellen. Für was auch immer. Mehrere Stellen sind blutverschmiert. Okay, ich glaube. Was wir aber noch machen können ist mit Rebecca hier ein bisschen zusammen mischen von Kräutern. Dafür legen wir auch mal kurz die Farbbänder ab. Ich hoffe ich finde die Sachen. Weil manchmal sieht das so aus, als ob die irgendwie weg sind. Verschwunden. Grünes Kraut mitnehmen. Und das mitnehmen. Ja und den oberen Gangzombie da in diesem Viereck, den habe ich natürlich nicht getötet. Weil musste ich nicht, war ja nur einer. Und da oben gibt es halt dieses rote Ding. Das ist das Einzige, worauf man vielleicht noch achten muss. Aber das ist alles easy. So. Ja, das kann sie mal mit sich führen. Jetzt gilt es allerdings. Ja, ich muss das Farbband wiederfinden. Ah, da ist es. Sehr schön. Gefunden. Jetzt können wir endlich mal sicherheitshalber speichern. Das ist nämlich wichtig. So. Billy hat das auch relativ gut gemacht. Dann kann ich ja hier auch mal Rebecca mit K2, die war ja auf diesem Berg oben, auf dem K2. Kann ich das mal überspeichern. So, ich bin jetzt mal gespannt, was nach diesem Raum kommt. Quartiere. Nach den Quartieren kommt. Wir können mal auf die Karte linsen. Und da sehen wir, dass da eine Treppe nach unten geht und ein schmaler Gang ist. Das ist nicht so toll. Nein, ich suche eigentlich die Pistole. Naja. Gut. Billy geht erst mal alleine weiter. Was hast du denn an Ausrüstung dabei? Das. Weiß gerade nicht. Na, ich gehe erst mal spionieren. Gucken, was da kommt. Wir sind ja relativ sicher jetzt. Wir haben ja gerade gespeichert. Wenn irgendwas schief läuft, dann wissen wir es. Okay. Okay. Wir haben hier diese Egel. Ein voller Geruch hängt in der Luft. Anscheinend wurde das Luftfiltersystem abgeschaltet. Aber von wem? Aber von wem? Die Kanalisation fließt über. Ehhh. Okay. Das haben wir schon gelesen. Dann schauen wir mal, was es Hintertür Nummer 2 gibt. Quasi. Aha. Ne? Wie kommt irgendwie dieser Bereich aus dem Trailer irgendwie bekannt vor? Ich glaube hier gab es Hunter oder sowas. Oder Zombies? Bäh. Keine Ahnung. Ich gehe erst mal weiter. Upsi. Ähm. Vielleicht sind wir ja unnötiger Reise schon mal zu weit gefahren. Okay. Hier scheint es erstmal sicher zu sein. Uh. Umbrella Compression. Sieht aus wie eine Spritzhüse für Chemikalien. Der Rand ist total schmutzverkrustet. Ein Verdünner haben wir noch. Ein kleiner Generator. Er scheint total kaputt zu sein. Oh oh. Oh oh. Äh Billy? Ich will ja nichts sagen. Aber hinter dir? Na der hat äh ziemlich nase Füße. Ist nicht sehr gesund. Verflucht. Ich hoffe für ihn gilt dasselbe wie für bei Rebecca. Es ist jetzt so gefährlich da hoch zu gehen. Ach ist es das? Ah das war dumm. Nicht tot? Noch nicht. Jetzt bin ich tot. Okay. Okay. Gut. Wissen wir Bescheid dass da unten der Tyrant aus der Ecke kommt. Aber halb so wild. Halb so wild. Wir haben ja gespeichert. Äh und wir wissen dass sich dann wahrscheinlich, naja ich weiß nicht ob sich Rebecca darum kümmern sollte. Auf jeden Fall sollte Billy dann die ähm andere Waffe mitnehmen. Die Magnum. Zero. Von Rebecca ist vielleicht ganz gut und eigentlich am besten auch noch irgendeine erste Hilfe Ding. So. Äh Quartiere. Quarantäne würde ich immer lesen. Warum auch immer. So. Ah. Ich überleg äh was am besten ist. Also auf jeden Fall die äh Magnum ist schon relativ gut gegen das Vieh und dann Pistole. Äh falls die verbraucht ist. Ich würde dann quasi die 4 Schuss aufsparen die wir haben mit der Magnum. Und das jetzt einfach so machen dass. Obwohl. Oder gebe ich ihm einfach den Granatwerfer. Ähm. Austauschen. Ja ich mach das mal so. Hier nimm den Granatwerfer und. Austauschen. Du brauchst ja die Munition dann sowieso nicht. Gut. 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 So. Die bleibt weiterhin hier. Liegt uns nochmal freundlich zu. Und wir gehen weiter. Bzw. wir schauen uns quasi noch mal alles von vorne an. Und vielleicht können wir diesmal unten erstmal bleiben. Und ich weiß nicht ob hier der Trick mit dem Aufzug auch funktioniert. Ah hier summt das so. Ich denke gerade mein Rechner läuft heiß. Da nehme ich auch so brummige Geräusche von sich. Ich lasse mal die Mistdinger da, wo sie sind. Okay. Ist jetzt alles cool. Alles easy, man. Alles easy. So. Oopsie. Brenn! Ich hoffe, der brennt auch. So. Ah. Haha. Ah, du Drecksack. Du kommst dir nämlich gar nicht näher, ne? Du kannst auch Kopfnüsse kassieren. Oder Kopfschüsse in dem Fall. Na komm. Ey, wie viel hältst du denn noch aus? Was haben wir hier? Ein Bedienfeld für die Gondel. Die Systemplatine fehlt. Ohne die Systemplatine empfängt die Gondel keinen Strom. Was für eine Gondel eigentlich? Gondel Terminal. Ah, okay. Was haben wir hier noch für einen Bericht? Tagebuch des Werksleiters. 10.05. Verdammt. Warum wird ein normaler Industriemüll hierher gebracht? Diese Anlage gehört der Umbrella Corporation. So viel Müll können wir nicht verarbeiten. Noch dazu schicken sie uns Giftmüll, den wir nicht entsorgen können. Was sollen wir damit machen? 24.7. Die wollen scheinbar das Werk schließen. Kein Wunder. Nach dem, was hier lief. Es war nötig, aber ziemlich plötzlich. Bislang war es ihnen auch egal. Hauptsache, ich komme hier raus. Mir ist egal, was die tun. Okay. Klar an, oder? Okay, hier geht es auch dann nicht weiter. Das heißt, wir müssen quasi runter. Hier gibt es nichts mehr. Da gibt es halt nur noch das, aber das können wir nicht aufsammeln, weil ich voll bin. Ich wollte gerade sagen, hä, wann hast du das denn verwischt? Aber ja, klar. 99 Schuss. 99 Problems. Ich würde sagen, 99 Solutions. Okay. Komm, Berlin, das kriegen wir hin. Von da kommen wir. Okay, ja. Nehmen wir den, versuchen wir mal den Tyrant auf die Schippe zu nehmen. Ich weiß, Granatenwerfer. Ist eigentlich unser, ein sehr gutes Mittel, um dem entgegenzuwirken. Oh, shit, ey. Ich hasse... Was ist denn? Und du kannst... Ach, wir können einfach hochfahren. Das ist ja praktisch. Aber ich glaube, ich muss trotzdem gegen ihn kämpfen. So oder so. Alter! Boah! Okay, es ist nicht praktisch, hochzufahren. Ganz und gar nicht. Warnung. Er zieht überhaupt nicht auf ihn. Was ist da los? Und wieder schnell zurück. Ich bin mir nicht sicher, ob es das war. Ja, es war es. Mann. Ich bin gerade voll nervig mit dem Kamerawechsel hier. Mal gucken, wie viel ich noch in ihn hineinpumpen muss. Alter, Scheiße. Hab ich doch noch erwischt. Ähm. Na, es ist blöd. Das ist ganz blöd. Weil ich ihn einfach ganz schlecht sehe hier. Am Ende des Wahnsinns. Ui. Das war... Okay. Nehme ich mal an. Da ist ein Knopf. Drücken. Ja. Und so wurde er von der Leiter erschlagen. Das ist ja eine lustige Leiter, wie die hier so rumklappt. Aber komme ich da nicht genau da auch hoch, wie ich war? Weiter hochklautern? Ja, machen wir mal. Ja, wir haben zwar unsere ganze Napa-Munition jetzt verschossen in das Ding, aber hey, was soll's. Was haben wir hier denn hier? Eine Systemplatine. Nehmen wir mal mit. Oh, wir sind sogar noch gesund. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber hey. Okay. Freut mich. Die Trennschälter wurden zerstört. Der Strom scheint ja... Das wissen wir schon. Okay. Das ist dasselbe. Das Rohr ist an mehreren Stellen defekt. Sieht allerdings nicht nach Rost aus. Okay. Hier ist nichts weiter scheinbar. Ich hoffe, das Ding bleibt erst mal tot. Ja, das war Chirant-Kampf Nummer 2. Geht eigentlich. Nur hier war es ein bisschen schwerer, dem auszuweichen. Sonst ging's ja. So. Was machen wir denn jetzt? Ich guck mal auf die Karte. Wir können da rein, aber ich weiß nicht, wie viel uns das bringt. Ich kann mal gucken, wo wir überhaupt hinkommen. Das lass ich hier. Und das auch. Ich weiß ja, dass ich das da nicht brauche. Und jetzt müssen wir wieder reagieren. Falls da irgendwas kommt. Okay, wir sind draußen. Zwei grüne Herbst. Durch das rauschende Wasser hindurch sehen sie eine Art Gang. Ah, da kommen wir nicht hin. Nein. Ich wollte es noch markieren. Dass ich weiß, das sind... Da ist was zu holen. Okay, gut. Das... Sagt uns schon, was wir als nächstes machen müssen. Wir müssen die Systemplatine einfügen. Und so weiter und so fort. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Hier bei Resident Evil Zero. Danke fürs Einschalten. Und das freut mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin. Bye, bye und cheerio. Mit mir, dem JMO. Bye.